und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft zu der Loot Kiste greifen wir mal hier gerade schnell die Weekly noch ab. Gewölbe eine Tür öffnen wegen des Katalysators. Oh da muss ich noch mal mit Tür halt sprechen. Was haben wir denn als Weekly? 5 Zaltwanderungsstanzen. Das sollten wir doch hinkriegen. So aber gucken wir mal eben schnell was wir in unserer Kiste haben. Wir sind sechs mal über zehn gelaufen. Mal gucken. Armschänen und Hose. Muss ich gerade mal gucken was habe ich da. Ah es werden wohl die Armschänen weil die Hose habe ich hier schon beziehungsweise die habe ich sogar hier noch liegen wobei die ist nicht ganz so gut aber dann nehme ich die Armschäne mit Tempovielseitigkeit mit. Um wieder auf ein bisschen Wörter zu kommen. Dann haben wir einen Tiefenfuhr bekommen. Das sind die hin. Genau. Weil die haben quasi dieselben Werte nur ein bisschen erhöht natürlich. So und dann kann ich doch damit leben. Dann gucken wir mal was uns die anderen Items haben. Also einbringen die nächste Zeit. Achso bevor ich es vergesse ich habe einen Umhang bekommen mit kritisch Tempo. Ich habe aber schon einen mit kritisch Tempo. Wo Tempo ein bisschen mehr ist als hier. Muss ich mal mit rumspielen. Also das habe ich aus der letzten Weekly bekommen mit den vier Mütlichstandes dazu laufen. Ja. Das kam dabei raus. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Loot Video wieder. Oder in den ganzen tollen anderen Videos auf meinem YouTube Channel. Beziehungsweise immer wieder sonntags. Außer diesen Sonntag. Weil wir da Firmenfeier haben. Deswegen ist da jetzt schon Stream am Freitag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.